Heute hatte ich ne lustige Idee und ich dachte mir, die muss man umbesetzen, weil sie mir sonst ewig noch im Kopf rumgespuckt wäre und ich mal was witziges, ist ein bisschen nerdig, aber wird schon passen, also einfach mal viel Spaß. So, und damit's nicht so lange dauert, mach ich mal ein bisschen Tempo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, dann schauen wir mal, ob das was geworden ist. Ihr könnt das mit euren Handys ja auch mal machen. Schauen wir noch mal und er kennt den Code, genau. Ja, steht einfach nur Handgemalt drauf. Was Besseres ist mir nicht eingefallen. Scannt es auch mal ab und probiert es aus. Man kann QR-Code selber malen.